Kitzinger-Tichtnis-Stadtmeisterschaften in der Florian-Geyer-Holle. Veranstalter ist Etwashausen. Veranstalter ist Etwashausen. Heran-Ziegel-Cesar. Uwe Werner. Golden-Uldi. Kitzinger-Tichtnis-Stadtmeisterschaften. Spielt ein sehr sicheres und eher unscheinbares Spiel. Mit extrem viel Schnitt auf der Rückkampf. Das scheint diesem Gegner allerdings wenig auszumachen. Wenn da jemand angreifen will, gibt es da eher mal leichte oder vermeintlich leichte Fehler. Und mit der Vorhand kann er ganz gut angreifen. Nicht allzu hart, aber sehr platziert und auch sicher die Vorhandschüsse. Schauen wir mal, ob er das alles umsetzen kann. Ja, das mag er natürlich nicht, wenn jemand so lange und so sicher mitschupft. 6 zu 10. Und das Spiel ist weg. 1. 4 ... 5 ... 5 ... 5 ... 6 6 ... 6